Von der Meerschweinchenfarm. So, wir sind bei Lucky und Lucky. Die zwei Herren sind umgezogen, auch in ein neues Quartier und ich habe es endlich getroffen. Endlich marschieren sie sich in ihre Häuser heraus, jetzt zwar gerade nicht, aber sie fetzen da jetzt herum, sie gingen oben rauf. Und das war ja jetzt die ganze Zeit bei ihnen nicht der Fall, sondern sie haben sich aber schön in ihren Häuschen versteckt und nicht herausgekommen. Und jetzt habe ich endlich, ja, endlich das richtige Zuhause für sie gefunden. Ich tue euch eh nichts, ich bin ganz entspannt. Ich lobe mich nur, dass wir es zuhause gefunden haben für euch. Ja, Lucky Lucky geht's gut. Und ich bin ganz stolz, man sieht, ich kann es jetzt endlich länger filmen, weil sie sitzen bleiben, weil sie sich einfach in diesem Zuhause jetzt sicher fühlen. Das ist eine richtige Freude. Ja, geschafft. Entschuldigung, aber ich muss mich freuen. So, naja, dann sagen wir Tschüss von der Meerschweinchenfarm und ein fröhliches Wiek Wiek.